Duel of Champions Duel of Champions Ah, das ist ja lästig Aber wenigstens mal Spielen sollten sie schon Ich hätte gerne gesehen, wie Charity Gespielt wird, oder wie man sie spielen könnte Ob es jetzt gut ist, schlecht ist Mir eigentlich egal Dann kann man halt mit Miranda spielen Miranda, Akademiehelden Das könnte Heftig werden Da wird wahrscheinlich Akad's Zorn Viel wichtiger sein als Hitzewelle Ja, weil die hat die ähnlichen Karten wie ich So Und ich glaube, das Matchup ist Weniger zu meinen Gunsten Anders als wenn sie mit solchen Karten spielt Das könnte auch ein Vorteil sein Ähm Du bist Magiekämpfer, oder? Ja Dann darunter So Dallee Dann brauche ich Magie Hm, 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 hm Ja doch Ich muss die Magie steigern Und Karten ziehen Okay Lieblingszauber Hm Na, dann könnte ich mir den zweiten Akad's Zorn Den ich im Deck habe Auch noch Ah, gut So ein Deck ist das Ja, mit so einem Deck Jetzt können wir loswerden Das ist kein Problem So Dallee Nochmal Lieblingszauber Ich liebe es Dich mag ich nicht Du bist viel zu effektiv Nochmal so einen Mhm Und den Ah, vielleicht ist die Hitzewelle Dann auch nicht schlecht In weiser Voraussicht Weiß ich, dass ich dem dort oben Einen Schaden machen muss Sonst wird das nicht fehlen Na, das wäre auch eine Möglichkeit Aber So ist es doch ganz praktisch Mhm Ich könnte Schaden machen Stattdessen Oh, ich nehme seine Karte weg Meine Karte weg Ich kann's halt Nächsten Zug muss ich Ah, Katz Zorn loslassen Aua Ändert nichts daran Ändert nichts an der Tatsache Dass jetzt aufgeräumt wird Aber jetzt brauche ich erstmal Nötige Zauber Hm Oh ja Ich brauche nötige Zauber Dringend Ich brauche ne Hitzewelle Und du Dienst nur als Blocker Kanonenfutter Zwei Schaden hat's abgewindet Was will man mehr? Ich weiß nicht, wie sie spielt Also okay Primär und Luftmagie Wird schlecht sein Den zu pushen Magieschutz Oh Da brauche ich ja fast schon wieder Ein Arkads Zorn Jetzt kann ich den natürlich Nicht ausspielen So Der dort unten ist aber gestorben Das ist Prima Ähm Arkads Zorn benötige ich Das ist klar Aber ich brauche auch Stärke Ich kann sonst nichts spielen Das mit dem Magieschutz Das wirkt Das tut mir weh Nur wie lang ist die Frage Nur wie lang So Kann nicht ausgewählt werden Yes Hahaha Ja ich kann den Arkads Zorn mir erlauben Oh du holy moly Nein das war schlecht Oh shit Kann ich mir wirklich einen Arkads Zorn erlauben Nein ich hab verloren Unglaublich Das ist gut Die haben alle so viel Magie Hat Das ist unglaublich Weil es wirkt Ich hätte mir jetzt einen Arkads Zorn geholt Aber Ich hätte dann mindestens zwei Keriaturen gebraucht Weil die beide überleben Außer Wenn ich Arkads Zorn hole Das kostet mich Dann hab ich noch zwei übrig Hm Leider wird meine Sterben dabei Das ist das Problem Hätte er nicht angegriffen Dann wäre es Fatalfing gewesen Wenn ich Halt Wenn ich stattdessen Die Magie erhöhe Bewirkt das irgendwas Wenn ich Ja meine Chance ist Dass ich jetzt Arkads Zorn ziehe Dass ich jetzt Arkads Zorn ziehe Okay Das ist eigentlich Adäquat Damit lässt sich auch leben So Nochmal Arkads Zorn Kastet vier Zum Ausspielen Sehr gut Ja Dahin eine Dahin eine Jetzt hab ich halt nur die Hoffnung Aber Der spielt Windmagie Der hat einen Blitzstrahl Oder ein Stadttor Zwei Stadttor Holy Mo Ja Das war auch wieder Ein gutes Strip Boah Aber ich war trotzdem Auf meinen letzten Zug stolz Ich kam noch auf den Gedanken Dass ich zumindest Mich wehren konnte Aber dann hat er halt Stadtportal gehabt Das eine wusste ich Dass er noch ein zweites hatte War jetzt Pech Sonst hätte ich Vielleicht Noch irgendwie Die Wende bekommen können Aber trotzdem War wieder ein hartes Duell Der Miranda Spiel Hat auch wieder Top gespielt Ich bin Übrigens Extrem überrascht Dass Das Deck Relativ schlecht läuft Gut Wir spielen auch nicht Gegen die übliche Meta Entweder hat sie sich In der letzten Woche geändert Stark Oder Heute Sonntagfrüh Ist irgendwas besonderes Weil sonst sind die Guten Spiele Sonntagfrüh nicht da Ähm Ja 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 Behalten So Steigern Und Karte nehmen Wunderbar Das ist vielleicht Noch ein bisschen Problem Das mit der Stärke Mit der Macht Das kostet mich Zu viel Zeit Finde ich Zumindest Hm Du bist doch Magierangreifer Ja Gut Dann kannst du Gegen den Geist Aufkämpfen So Ready To rumble Bam Ich muss relativ schnell In die Hitzewelle kommen Oder ihn anders Aufhalten Ich muss ihn verlangsamen So funktioniert es Ah Wenn er unten das sieht Wenn er unten das Ereignis sieht Das wäre die Lösung Für sein Problem Und so würde er Seine auch überleben Stattdessen wollte er die Magie stärken Ist auch okay 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 Hitzewelle Es ist heiß In hier Let's Take off All your clothes Oh ja Die Hitzewallungen Oh ja Das hat er gut gemacht Oh ja Jetzt habe ich Zeit Ich habe Zeit bekommen Dadurch Zeit Die für ihn vielleicht Ein bisschen So Vieles Okay Magie brauche ich auf jeden Fall Ich würde jetzt mal Eins Oder Das würde ich halt auch Sehr gerne machen Oder ich ziehe einfach Bloß Karten Ah Ne Zwei Zwei Eins Die Hitzewelle Die kriege ich nochmal Die kriege ich nochmal im nächsten Zug Mein Lieblingszauber ermöglicht es mir Und diesmal wird es um einiges schwieriger für ihn Die loszubekommen Das verspreche ich Aber wenn ihr sie dann nochmal losbekommt Dann Muss ich schon wieder Respekt eingestehen Die sind Sehr Sehr kreativ da So Wir holen uns nochmal die Hitzewelle Spielen sie aus Spielen dich nach oben Und du dich nach dort Und wunderbar Alles wunderschön Schmelze dahin Bei dieser unglaublichen Schönheit Okay Lagerfeuer ist der nächste Plan Nächsten Zug Lagerfeuer Zweimal Sehen was kommt Ansonsten Der Djinn kann ausgespielt werden Das ist nicht schlecht Da habe ich endlich einen der Schaden macht Ich weiß nicht Mein Gegner noch nicht Ich kann den noch nicht einschätzen Ich weiß nicht was er spielt Er kann ein Querbeet spielen Weil 3-3-3 Das ermöglicht Viele Möglichkeiten Danach eine Zauberkarte Das ist interessant Takt der Freiheit Auf sein Licht gespielt Wer klug Hier hat er gemacht Okay Das hier Das wäre eine Möglichkeit Zu reagieren Spiele ich Er hat gut reagiert Muss man zugeben Trotzdem Dass die Karte bleibt Okay Magie hat er hochgesteigert Gut Gut Aber was gegen die Feuer elementare machen kann Ist die andere Frage Besonders in Kombination Kann nicht ausgewählt werden Kann nicht ausgewählt werden Dunkelmagie macht ihm also nichts Gar nichts Ja Ja das macht Sinn Das macht Sinn Der muss dem halt jetzt was in den Weg stellen Aber jetzt mache ich sie komplett immun Karte ziehen Karte ziehen Ackerts Zorn und großer Feuer elementar Höherer feuer elementar sind so geil zusammen Er kann nicht verhindert werden Er kann nicht verhindert werden Der Schaden Aber Die ist geil eh Oh ja Was macht er jetzt Dann spielt er den in den Weg Okay Das macht Sinn Er holt sich einen Zauber Da bin ich gespannt Was soll einen Zauber Könnt er da holen Ich weiß nicht Immer wenn ein Kreatur Wird einschaden Bei einem Helden geheilt Eine Kreatur mit Stärke von Eins oder weniger zum ersten Mal Also einen zusätzlichen Angriff Ja das ist Theoretisch Schlecht Ich würde die Kreatur gerne loswerden Habe aber nichts adäquates um sie loszuwerden Ziehen wir mal eine Karte Ich habe viele Feuer elementare Immer in Kombination mit dieser wunderbaren Karte Dass sie nicht ausgewählt werden können Prinzipiell Du kannst dich in den Weg stellen Der kriegt zwar einen zweiten Angriff Kann dadurch sich hochleachen wieder Aber es reicht nicht Es reicht nicht Oh Ja so gesehen Ist das schon wieder gut Warum hat er jetzt zwei Schaden bekommen? Hast du noch Feuerblatt? Feuerstoß 2 Ach Gott Das wusste ich ja die ganze Zeit gar nicht Das ist ja herrlich Das ist ja geil Aber gut zu wissen Dass mein Gegner eisige Waffe benutzt Darauf werde ich mich in Zukunft Jetzt Darauf werde ich jetzt aufpassen Hast du Ja du bist dein Magie-Schütz Das ist herrlich Unglaublich wunderschön So wie mein Spiegelbild Mwahaha Wenn ihr wüsstet Neben dem PC steht ein Spiegel Und eigentlich Ich schaue gar nicht auf den Bildschirm Ich kenne mich an dauernd Nicht wirklich Ich finde mich hässlich wie die Nacht Deswegen werde ich mich nicht Im Ja Als Bild sehen Mwahaha So sieht's aus So Der nächste der Unverwundbar da liegt Und nicht angetargetet werden kann Sowas ist immer schön Wunderschön Der Totenacker Der bringt mir jetzt Frisches Fleisch Auf den Weg Das ist gut Das ist prinzipiell Sehr gut von ihm Er hat sozusagen Ordentlich Blocker Außer ich habe Antworten darauf Antworten Die die Welt Immer gerne hört Wie zum Beispiel Diese Mh Dir stelle ich was in den Weg Dir dort unten Und die Halt du bist Bist du Magie? Nein du bist keine Magie Ähm Vier Acht Lohnt das sich? Ja das lohnt sich Auf jeden Fall Natürlich lohnt das sich Extra Damage Hmm Oh Und die Dinen Schutz hin Sonst Keine Ahnung Einen Geysir Ja Gut Noch ein Geysir Ja, ich muss zugeben, zwei Geysire werden jetzt hässlich. Ich habe schon überlegt, den wegzutun. Also generell, die Kreaturen, denen wegzunehmen. Aber bisher hat sich noch keine... Bisher habe ich gewonnen. Arkad's Zorn räumt hier auf. Und meine werden geheilt. Ich glaube, Arkad's Zorn wird langsam meine Lieblingskarte. Ja, wusch. Was zum... Teufel. Ähm... Dann halt so. Ein Geysir. Das ist dann das Ende, fürchte ich. Jetzt bin ich gespannt. Sechs Magie. Versklaven. Okay. Hier hin. Ich hätte ihn als Blocker. Oder... Ne, ich hätte ihn als Blocker. Oder wohin. Seelenrolle auf den anderen. Gut. Totengeister drunter. Der hält es aber nicht aus. Gewonnen. Puh. Das war unglaublich hartnäckig. Muss ich zugeben. Aber jetzt nochmal Gold. Jetzt nochmal Gold für einen Booster. Einen Booster, 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 Booster. Äh... Ja. Ich möchte einen Booster haben. Herz der Albträume. Hier. Schaut euch an, wie hübsch sie aussieht. Will man nicht mit so einer zum Abi-Halle gehen? Ja, auf jeden Fall. Hm... Was kriegen wir? Keine Karte, die ich noch nicht besitze. Also haben wir... Oh, sehr geil. Mein zweites Lava-Brut. Die ist so stark. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh ja. Sexy. Hm, gut. Das hat sich gelohnt. Dann danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.